Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschung Show. Verschiedene Wohlgeld, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschung Show bei Perl TV. Zack, boom, da sind wir wieder in der 5 Euro Überraschung Show. Ralf ist dabei, ich bin dabei, Diana ausnahmsweise nichts, die ist in ihrem wohlverdienten Urlaub, aber ich hoffe, dass Sie mit dabei sind, denn hier ist die Schnäppchenjagd vorprogrammiert, denn egal was Sie gleich sehen, es kostet alles nur 5 Euro. Ja, egal was kommt und wir haben die Taktung erhöht, das heißt noch mehr Schnäppchen für Sie. Weder Anne noch ich wissen, was drankommt, aber unser erstes Produkt steht schon hier. Möchtest du das Kuvert oder das Produkt? Ich nehme den Briefumschlag. Dann schauen wir mal rein und lassen uns gemeinsam mit Ihnen überraschen und wir haben ein Etui. Ich gebe dir auch mal eins, da sind gleich zwei drin. Für die Datenpiraten ein Kartenetui, beziehungsweise gegen die Datenpiraten, denn Sie haben vielleicht schon mal gehört, kontaktloses Bezahlen ist ja momentan Gang und Gebe. Das heißt, Sie können kontaktlos, berührungslos jemanden Ihre Daten übermitteln oder beziehungsweise bezahlen. Und das geht aber auch umgekehrt. Dass zum Beispiel Langfinger hier die Möglichkeit haben, auf ihre Daten Zugriff zu bekommen, und das ohne, dass Sie das merken, ja, das ist natürlich unfassbar gefährlich heutzutage, denn solche Karten kann natürlich auch die EC-Karte sein, es kann alle Karten sein und da sind eben wichtige Daten drauf. Und Ralf hat das ja mal bei mir gemacht, er hat nämlich mal, also kann man ja mithilfe einer kostenlosen App, kann man ja diese Daten auslesen. Richtig, und das ist eben so erschreckend, wie einfach das ist und damit schützen Sie sich, weil damit diese Strahlen praktisch abgewehrt werden. Es ist ein RFID-Schutz und in dieses Adweek passen sechs Karten rein. Und da gehören jetzt nicht nur Kreditkarte und EC-Karte mit rein, sondern auch die Gesundheitskarte von Ihrer Krankenkasse, Personalausweis, alles, was diesen kleinen Chip hat, weil all das kann ausgelesen werden. Jetzt werden Sie sagen, ja, Personalausweis, was soll da interessant sein? Vielleicht haben Sie schon mal eine Story gesehen über Identitätsdiebstahl, was auch unglaublich schlimme Folgen haben kann und vor allem viel Arbeit und viele graue Haare für die betreffende Person. Einfach all Ihre Karten in dieses Etui, das ist schön aus Metall, sieht hochwertig aus und damit sind Sie dann absolut geschützt. Und das ist für mich Perfektion hier. Also einfach mit einfachsten Mitteln sich schützen gegen die neuen, Datenpiraten, du hast es schön gesagt, Datenpiraten und das geht übrigens wirklich kontaktlos. Angenommen, wir Herren haben ja oftmals den Geldbeutel in der Gesäßtasche und Sie haben jetzt Ihre EC-Karte in der Gesäßtasche und heutzutage darf man bis zu 50 Euro direkt durch kontaktloses Abbuchen verbuchen, ohne dass man eine Unterschrift oder eine PIN braucht oder eine Geheimnummer und die laufen einfach an Ihnen vorbei, ohne Sie zu berühren und im Vorbeigehen wird praktisch ein Geldbetrag abgebucht und sowas kann man hiermit verhindern. Ist für mich eigentlich wichtig, vor allem wenn es wieder Lockerungen gibt, wir wieder raus können, Flughäfen, Bahnhöfe, überall wo viele Menschen dann wieder sind, ist es ganz gefährlich und auch heutzutage beim Einkaufen, also holen Sie sich so ein Etui, das ist wirklich ein kleiner Preis und das, was man damit verhindern kann, das ist eigentlich nicht in Euro zu beziffern, das ist ein riesengroßer Nutzen auf jeden Fall und Sie sehen, es sieht auch noch schön aus. Ja, sechs Karten finden hier Platz und das für fünf Euro, das heißt Ihre Daten sind geschützt, aber weil du auch gerade bei den Herren die Gesäßtasche angesprochen hast, da ist es natürlich auch schön, dass dann die Karten vor Knicken geschützt sind, das passiert auch ganz schnell, die Bestellnummer ist die NX9985 und die 569 für unser Kartenetui aus Edelstahl, Sie dürfen hier gerne mehrfach zugreifen, statten Sie die ganze Familie damit aus, das ist eben ganz, ganz wichtig, weil da liest man momentan ja so viel darüber, deswegen... Mehrfach zugreifen ist auch noch wichtig, das wird die goldene Regel nochmal nennen für alle Neuzuschauer, maximal fünfmal dürfen Sie jedes einzelne Produkt bestellen, wenn wir nichts anderes sagen. So, weiter geht's, jetzt bekomme ich das Kuvert, du, die große Packung und wir haben... Uh! Ich habe jetzt mal keine Ahnung... Lass uns einkaufen gehen. Oh doch, jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich es. Das ist eine Einkaufswagentasche mit Befestigungsklip und Schultergurt und zwar mit 20 Liter Inhalt und das ist so genial. Man hängt das einfach in Einkaufswagen und ich glaube, jeder kennt diesen Wettbewerb, wer ist schneller, die Kassiererin mit ihrem Scanner oder du mit dem Einpacken. Prinzipiell, die Kassiererin ist schneller, immer. Richtig, weil du ja eine Hand brauchst, um die Tasche aufzuheben und mit der anderen versuchst, es dann irgendwie reinzumachen. Das wird einfach links und rechts in den Wagen geklippt und dann ist es offen und Sie können es dann eben, wenn die Kassiererin das Ganze gescannt hat, hier reinmachen und das ist so hilfreich. Passt an alle handelsüblichen Einkaufswegen und dann eben einfach rausklippen, rausnehmen und dazu sind dann die Haltegürte dran. Ist einfach eine tolle Erfindung. Ja, man hat immer Ordnung, man muss sich ständig die Tüten nachkaufen, zumal die Papiertüten sind ja schön für die Umwelt, aber die reißen auch super schnell, weil man da ganz viel Flaschen hat. Das ist hier sehr strapazierfähig, es ist robust, man kann es natürlich auch mehrfach verwenden für zum Beispiel Einkäufe, aber auch zum Beispiel, dass sie das immer im Auto haben für zum Beispiel Starterkabel oder wenn sie im Sommer mal irgendwo hinfahren, dass man immer mal so eine Tasche dabei hat. Es ist super nützlich, hier alles dabei, es ist reißfest, es ist stabil und man hat hier auch noch an der Seite hat man noch so eine kleine Innentasche für zum Beispiel Geld oder andere Kleinigkeiten, die man vielleicht so kauft. Also da ist an alles gedacht und ich muss sagen, sieht auch echt schick aus, wenn man das dann so sich umhängt als Einkaufstasche. Also da machen sie alles richtig, wenn sie jetzt hier zugreifen und sie dürfen ja bis zu fünfmal zugreifen. Und oben durch diesen Bügel haben wir noch Stabilität in der Tasche und an diesem Bügel sind auch noch Klettverschlüsse, das heißt die Tasche ist komplett verschließbar. Schauen Sie sich das an, das Reißverschlussfach im Inneren finde ich auch wichtig, gerade Geld oder Schlüssel sollten da natürlich ein bisschen geschützt drin sein, aber am praktischen natürlich diese Clips, um es am Einkaufswagen hier zu befestigen. Petra aus Dessau schreibt uns, gute Idee, hatten schon vor Jahren so ähnliche Taschen bestellt, ist eine gute Erleichterung für den Wochenendeinkauf, danke. Und ich würde sagen, nicht nur für den Wocheneinkauf, sondern heutzutage wirklich für jeden Einkauf, die Bestellnummer ist die NX 8465 und die 569, der Preis gerade mal 5 Euro. Und ich finde, heutzutage sollte man sowieso auf langlebige Einkaufstaschen setzen und das ist so eine und die erleichtert auch noch beim Wettbewerb mit der Kassiererin, wer ist schneller, ich als Kunde beim Einräumen oder die Kassiererin beim Scannen. Und hier besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man endlich mal dieses Wettrennen gewinnt. Das stimmt. Und hier natürlich alles schön sortiert, immer alles dabei. Man muss sich jetzt mal neue Einkaufstaschen kaufen. Vielen Dank. Also Sie sehen, wir gehen wieder durch viele Produktbereiche und landen jetzt im Draußen, würde ich jetzt mal sagen. Im Freien. Im Freien, genau. Mit einer Solar-LED-Wandleuchte. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Es ist nämlich jetzt ab 16.30 Uhr schon dunkel und da ist so ein kleines zusätzliches Licht um die Hauseingangstür um das Haus herum praktisch. Denn hier haben Sie eine Wandleuchte und die wird tagsüber durch die Sonne aufgeladen. Die hat eine Solarzelle hier im oberen Bereich und einen Dämmerungssensor. Das heißt, diese Lampe leuchtet automatisch, sobald es dunkel wird und schaltet sich auch automatisch wieder aus, sobald es hell wird. Sieht natürlich auch schick aus, also sehr modern, sehr klassisch, edel, stilvoll und man hat keine Folgekosten. Das heißt, man muss auch keinen Techniker kommen lassen, der Ihnen das montiert. Richtig und auch keine Stromkosten, weil es eben sich über Sonnenenergie von allein versorgt. Einfach festschrauben. Ich könnte mir das auch gut an dem Carport vorstellen, wo man Holzbelken hat, links und rechts hier festmachen. Und Sie sehen, die sieht auch wirklich edel aus. Hier mit diesem Edelstahl-Look. Es ist Kunststoff, müssen wir dazu sagen, aber sieht so aus. Also auch für die Nachbarn. Ein Blickfang und hier oben sehen wir ganz deutlich den großzügigen Solarpanel, das großzügige Solarpanel. Und sobald es dunkel wird, wie wir es jetzt gerade im Studio gemacht haben, leuchtet es auch richtig schön. Es sieht einfach toll aus von jeder Seite. Und hier sehen wir die ganz normale Halterung. Zwei Schrauben rein, gebohrt oder wenn es auf Holz kommt, machen wir es einfach mit normalen Spacks rein und muss dann nicht mal bohren. Also ich finde es toll und man muss sich um nichts mehr kümmern, weder ein noch ausschalten, weil das macht die Natur und auch die Stromversorgung nur durch das Tageslicht. Ich finde es klasse und hier dürfen sie auch bis zu fünf bestellen. Man kann da also gut mal eine Wegestrecke ausleuchten oder auch einfach im Eingangsbereich. Links und rechts vom Eingang. Das kann aber auch ein Gartenhäuschen sein oder an der Terrasse draußen. Warum nicht? Es schreckt ja auch Einbrecher ab, weil es sieht immer bewohnt aus ihr Haus und das ist ja jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit, wo man sofort erkennt, ob jemand zu Hause ist oder nicht ganz, ganz wichtig. Sagt übrigens auch der Jens aus Berlin. Er schreibt, sehr zu empfehlen, einfach anzubringen, gute Funktion, habe die Leuchte bei mir im Garten angebracht. Und der Richard schreibt, schöne, kleine, leichte Lampe für dunkle Ecken ohne Stromanschluss. Ja, das stimmt. Hier müssen sie keine Kabel verlegen, sie müssen keinen Techniker kommen lassen. Die Bestellnummer ist die PE 6939 und die 569. Ralf hat es gesagt, sie dürfen hier bis zu fünfmal zugreifen. Das lohnt sich hier natürlich auch, wenn man zum Beispiel das Haus ringsherum beleuchten möchte oder die Eingangstür links und rechts. Sieht ja auch unfassbar schön aus. Im Baumarkt würde man da locker das Drei- bis Vierfache dafür zahlen. Ja, wenn man könnte, würde man vielleicht auch, aber die sind ja auch zu. Das heißt, hier ist eigentlich die einzige Möglichkeit und auch noch zum günstigstmöglichen Preis. Und wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung, die ich schon für günstig erachte, nämlich 15 Euro für Sie. Aber jetzt, weil Sie clever sind und Pearl TV anschauen, fünf Euro. So, ich bekomme wieder das Kuvert und wir machen weiter. Wie bitte? Das darf ja wohl nicht wahr sein, eine Fünf-Euro-Show, da muss ein Fehler vorliegen. Aus unserem aktuellen Programm ein Zweierset Fahrradrückspiegel mit Lenkradhalterung. Und Radfahren liegt gerade voll im Trend. Ich glaube, so viele Deutsche sind noch nie Fahrrad gefahren und haben Fahrräder gekauft wie 2020 und die werden natürlich auch 2021 genutzt. Aber im Fahrrad hast du immer das Problem, du hast im Normalfall keine Spiegel. Und der rücklaufende Verkehr ist in vielen Situationen fast genauso oder mindestens genauso wichtig wie der Verkehr, der vor einem stattfindet. Aber damit hat man den im Blick. Genau, das ist ganz, ganz wichtig zum Thema Sicherheit. Gerade als Fahrradfahrer ist man da ja häufig dann auch relativ ungeschützt. Hier können Sie natürlich schauen, was ist hinter Ihnen. Sie haben hier diese zwei Seitenspiegel, die Sie werkzeuglos an Ihren Lenker anbringen können. Und ein weiterer großer Vorteil, das sehen Sie jetzt hier auf der Rückseite, sind die Reflexionsstreifen. Das heißt, Sie werden jetzt natürlich auch perfekt in der Dunkelheit gesehen von Autofahren. Und hier sorgen wir eben gleich doppelt für Sicherheit. Egal, was Sie für ein Fahrrad haben, ob es jetzt so ein E-Bike ist oder ein Mountainbike, ein Stadtrad. Das ist eben für alle handelsüblichen Lenker gedacht, werkzeuglos anzubringen. Und es dient zu Ihrer Sicherheit. Ich meine, was sind denn fünf Euro für Ihre Sicherheit, oder? Richtig. Und Konstantin aus Frankfurt, der hat es an seinem Fahrrad angebracht. Er schreibt uns, jetzt sind die Überholmanöver von den Autos und anderen Verkehrsteilnehmern im öffentlichen Verkehr erheblich überschaubarer. Das Produkt hat mir eindeutig mehr Sicherheit im öffentlichen Verkehr verschafft. Jeder Radfahrer sollte mindestens einen Rückspiegel in Betracht ziehen. Hier bekommen Sie ein Zweierset, also ruhig links und rechts anbringen. Zusätzlich noch die passive Sicherheit durch den zusätzlichen Reflektor nach vorne. Das heißt, man wird bei Nacht auch noch besser gesehen. Und Sie dürfen hier auch wirklich die ganze Familie, beziehungsweise die Fahrräder der ganzen Familie oder auch Roller oder Mofas damit ausstatten. Denn auch dieses Zweierset, also dieses Zweierset-Rückspiegel, dürfen Sie bis zu fünfmal bestellen. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Das ist die NX 1483 und die 569. Und du hast es ja schon ausprobiert. Man hat einfach eine fantastische Sicht, auch nach hinten, ohne sich umzudrehen. Es ist so simpel, aber einfach. Ich meine, das macht man ja, beim Auto hat man die ja auch die Seitenspiegel oder beim Motorrad. Da ist das ja selbstverständlich. Und da braucht man das auch. Das ist wichtig. Und ich finde, eigentlich sollte das jedes Fahrrad standardmäßig haben. Ist nun aber mal leider nicht so. Deswegen hier rüsten Sie selbst nach, statten Sie sich aus bei fünf Euro nochmal. Das ist Ihre Sicherheit. Und gerade Fahrradfahrer sind häufig ungeschützt. Selbst wenn man ein Sturzhemd trägt, wenn es zu einem Unfall kommt. Das ist immer ganz, ganz gefährlich. Deswegen lassen Sie es gar nicht erst so weit kommen. Denken Sie da auch ein bisschen für andere mit. Weil gerade so Autofahre im Verkehr können da ja auch manchmal ziemliche Rowdies sein. Oh, jetzt haben wir einen Preisalarm. Da bin ich gespannt. Preisalarm heißt für Sie ein Produkt, das gar nicht hier sein dürfte. Aber wir haben es für Sie in die 5-Euro-Show genommen. Das Einzige, was jetzt gilt, egal was hier drin ist, maximal ein Stück pro Besteller. Das ist relativ schwer und wir haben, ich weiß es immer noch nicht, ein Köfferchen. Ich gebe dir aber auch nochmal ein Köfferchen. Ein Köfferchen für jede Situation. Das ist nämlich ein 26-teiliges Werkzeugset in dieser praktischen Klappbox. Und damit sparen Sie sich teure Neuanschaffungen. Viele kleine Defekte, zum Beispiel an den Geräten oder Gebrauchsgegenständen, kann man hier selbst reparieren, weil da ist alles dabei. Wir gehen das mal durch. Da ist ein Seitenschneider dabei, wenn Sie zum Beispiel auch mal Kabel durchtrennen möchten. Eine Spitzzange, eine Pinzette, 10 Bits, 2x Kreuzschlitz, 2x Pozzy Drive, 2x Schlitz, 3x Torx und 1x Vierkantadapter. Dann ist da ein Bithalter-Griffstück mit einer magnetischen Bitführung dabei, ein Verlängerungsstück für den Außensechskant, 4x Außensechskant und 6x Feinmechaniker, Schraubendreher. Mensch, da ist ja alles dabei. Das ist der Wahnsinn. Schau mal, wenn du nur die zwei Zangen hier anschaust, also Spitzzange und den Seitenschneider, da zahlst du schon 3-4 Euro pro Stück im Baumarkt. Dann wärst du hier jetzt schon bei 8 Euro oder hast du noch keine Verpackung. Und vor allem, was mir hier so super gefällt, ist, du kannst alles schrauben, von der kleinsten Schraube, also auch Brille oder Batteriefächer, bis zu größeren Schrauben. Wenn man mal handwerklich irgendwas festmachen will, dann die Zangen, das alles auf überschaubarem Platz, weil schauen Sie mal, wie klein das zusammen ist. So passt es auch zu Hause in jede Schublade und man hat eben immer Werkzeug griffbereit. Und wie viele Teile hast du gesagt? 26? 26, das kleine Köfferchen ist auch mit dabei. Also 5 Euro ist wirklich gigantisch. Schreibt auch der René aus Neuburg. Er schreibt, die Werkzeugbox ist klein, handlich, passt in jede Schublade für den Haushalt optimal. Man hat immer schnell den passenden Schraubenzieher oder eine Zange griffbereit und muss nicht extra in den Keller oder in die Garage, um Werkzeug zu holen. Und ich meine, sowas gehört einfach in jeden gut geführten Haushalt. Wie Sie Batterien da haben, wie man auch mal eine Taschenlampe hat, das gehört einfach dazu. Und jetzt eben für 5 Euro ist natürlich schön, weil hier hat man auch die gängigen Werkzeuge. Richtig, und vor allem, das hat man nicht unbedingt, dieses Feinmechaniker-Werkzeug, Brillengestelle zum Beispiel. Da brauche ich so einen kleinen oder auch ganz modern, fast alle Batteriefächer heutzutage sind mit ganz kleinen Schrauben verschraubt. Und auch die kann ich hier schrauben. Also Werkzeugset 26-teilig für 5 Euro, der Wahnsinn. PX3081 und die 5,6 Euro ist die Bestellnummer für unser 26-teiliges Werkzeugset. Bedenken Sie, das ist unser Preisalarm. Das heißt, hier dürfen Sie nur einmal zugreifen, weil 5 Euro ist einfach unterirdisch günstig. Aber es lohnt sich hier schnell zu sein, denn wir haben da immer nur ganz begrenzte Kontingente in der 5-Euro-Show. Und wir machen mit Super-Schnäppchen weiter. Ja, eigentlich schade, dass man das nur einmal bestellen darf. Aber lieber einmal als keinmal. Das nächste dürfen Sie wieder fünfmal bestellen. Und es ist was Leichtes, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Oh, das ist auch cool. Ich glaube, ich weiß, was ich will, was es ist, aber lies erst mal vor, bevor ich was Falsches sage. Es ist ein Wasserhahnaufsatz und jeder kennt das vielleicht. Man hat sich schon mal ordentlich die Hände verbrannt, weil man dachte, das Wasser ist kalt oder wusste nicht so recht. Ja, und das ist ein LED-Wasserhahnaufsatz und der dient zur Temperaturkontrolle, denn der leuchtet farbig. Das heißt, anhand der Farbe sehen Sie sofort, wie heiß das Wasser ist. Also blau bedeutet bis 30 Grad, grün 30 bis 39 Grad und alles, was über 39 Grad ist, leuchtet dann rot. Also das ist perfekt. Ich habe es mir gerade mal angeschaut. Hier ist ein Außengewinde, ein Halbzoll-Außengewinde müsste das sein oder Viertelzoll, was man an Wasserhahn ganz einfach anbringt. Und alles andere passiert durch den Wasserfluss. Man braucht also keine Stromzufuhr. Das ist so eine Dynamo-Technik und dadurch wird die Energie erzeugt durch den Wasserfluss, die ich brauche, damit die LEDs hier leuchten. Und die Farbe zeigt mir die Temperatur des Wassers. Und das ist schön. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal an zu heißem Wasser die Finger verbrannt. Oder auch, wenn das Wasser zu kalt ist, drunter gesagt, ist das noch kalt? Ich muss noch einen Moment laufen lassen. Aber das passiert nicht mehr. Und ich finde, es sieht natürlich auch toll aus, wenn ich plötzlich buntes Wasser aus dem Wasserhahn herausfließen sehe. Vielleicht haben Sie ja auch noch so einen ganz alten Wasserhahn-Aufsatz, der schon so leicht verkalkt ist, wo nicht mehr richtig das Wasser rauskommt. Da geht man ja auch in den Baumarkt und holt einen ganz normalen Aufsatz. Der kostet dann auch schon 10, 20 Euro. Und hier, der sieht super schick aus. Der leuchtet bunt. Also das steht eben jetzt hier für die Temperatur. Blau ist eben bis 30 Grad. Grün 30 bis 39 Grad. Und alles, was über 39 Grad ist, leuchtet rot. Der Torsten, der hat bereits zugegriffen und er schreibt dazu, sehr gelungenes Gadget für das Badezimmer. Mein Sohn liebt es, hatte sich vorher oftmals die Finger unter dem Wasserhahn verbrannt. Das gehört nun durch die farbigen LEDs der Vergangenheit an. Ist in nur zwei Minuten installiert. Und der Jens aus Petersberg schreibt dazu, der Hammer. Ein Blickfang für jeden, der sich nach dem Toilettenbesuch die Hände wäscht. Freunde und Bekannte sind begeistert. Jeder will es haben. Da dann aber schnell sein. NX 50, 49 und die 569 ist dafür die Bestellnummer. Oh, ich stelle mir das auch vor. Wenn man so eine Gästetoilette hat und es kommt jemand und sieht das zum ersten Mal. Hoppla, ihr habt ja buntes Wasser. Der wird begeistert sein, wird es auch wollen. Sie holen es sich jetzt einfach für 5 Euro. Und die Installation ist ganz einfach. Meistens sogar auch werkzeuglos. Weil das ja nur handfest gedreht wird. Dichtungsringe sind ebenfalls dabei. Also kann überhaupt nicht schief gehen. Und sie verbrennen sich in Zukunft die Hände nicht mehr an zu heißem Wasser. Oder greifen nicht hin, wenn das Wasser noch nicht die richtige Temperatur hat. Denn die Leuchtfarbe zeigt Ihnen an, welche Temperatur oder in welchem Bereich das Wasser gerade ist. Also auch das hervorragend und sollte Meinung nach auch in jedem Haushalt. Ja. Mal gucken, ob das nächste Produkt auch in jedem Haushalt gehört. Oh ja. Das ist erstmal ein Leder-Etui, sehe ich da. Oder Kunstleder-Etui. Ja, ein sehr, sehr schickes Kunstleder-Etui. Und in diesem Kunstleder-Etui befindet sich eine Brille. Und das ist eine richtig coole Brille. Das ist einmal wie eine schicke, also einmal ist es ein schickes Accessoire. Hier sehen Sie die Brille, erinnert einen an ein ganz teures Designermodell. Aber es hat natürlich den Vorteil, diese Brille hat einen Blaulichtfilter. Das heißt, hier werden Ihre Augen geschützt vor diesem gefährlichen blauen Licht, was man im Smartphone hat, Computer, im Fernsehen. Aber man hat noch zwei weitere Aufsätze. Einmal diesen gelben Aufsatz. Und der ist jetzt zum Beispiel, wenn Sie nachts unterwegs sind, Ihnen Autos entgegenkommen, damit so ein bisschen die Reflexion herausgenommen wird. Und für tagsüber gegen die Sonne, gegen die gefährlichen UV-Strahlen haben wir auch noch einen Aufsatz. Und das Gute ist, Sie haben nicht drei verschiedene Brillen. Das sind wirklich Aufsätze, die allesamt magnetisch sind. Also das ist super durchdacht. Ja, und der Sonnenschutz hat sogar UV-400-Schutzfaktor. Also genau das, was man eigentlich empfiehlt. Aber ich muss jetzt nochmal auf die Blaulichtfilterbrille kommen. Wir haben auch ganz aktuell im Programm reine Blaulichtfilterbrillen, die 9,41 Euro kosten. Hier ist das Blaulichtfilterbrille, ist dabei. Und so sehen wir es. Und jetzt einfach per Magnet entweder die Sonnenbrille, wenn es draußen dann Sonne ist. Oder dann die Nachtsichtshilfe mit diesem gelben Glas. Übrigens auch bei Schnee ist das sehr hilfreich. Man sieht so gelbe Gläser immer sehr, sehr viel bei Skifahrern. Ja, weil es ganz einfach dann auch entblendet, möchte ich sagen. Polarisiert ist das Ganze auch noch. Das heißt, polarisiert ist wichtig. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört beim Fotografieren. Wenn Objektive polarisiert sind, heißt das, die Spiegelungen werden hier rausgenommen. Und das passiert hier jetzt im Blickfeld. Und dieses Kunstleder-Etui ist auch noch gleich dabei. Also das ist der Wahnsinn für 5 Euro. Die Bestellnummer, die NX8367 und die 569. Und ich muss es noch mal betonen, allein eine Blaulichtfilterbrille kostet bei uns im regulären, schon günstigen Programm 9,41 Euro. Und das ist hier einfach so mit dabei. Also schon von daher ein Riesenschnäppchen. Es ist der Wahnsinn. Also schützen Sie da auch Ihre Augen. Man weiß das ja teilweise gar nicht mit diesem gefährlichen Blaulicht. Und das kommt überall vor im Smartphone, Tablet, PC, Fernsehgeräte. Und solche Schäden, wenn man die einmal hat, die sind irreparabel. Und das ist eben das Gefährliche. Schützen Sie sich mit so einer schicken Brille, aber auch gegen die Sonne und gegen die Reflektionen von den Scheinwerfern, von den Autos. Drei verschiedene Brillen, 5 Euro mit dem Leder-Etui. Die Aufsätze sind alle sonnmagnetisch. Also man hat das auch ruckzuck umgesteckt. Das ist ein ganz großer Vorteil. Und es sieht schick aus. Sieht wirklich unfassbar schick aus. Übrigens Unisex, also auch wir Herren dürfen die tragen. Das sieht nicht nur bei der Damenwelt gut aus. Und sie dürfen ja bis zu fünfmal bestellen. Was bekommst du? Brief. Brief. Und ich das Paket. Wir haben, ach jetzt sind wir wieder. Heute sind wir ein bisschen badlastig, würde ich sagen. Aber du, wenn es draußen so kalt ist, da gibt es doch nichts Schöneres. Das ist eine heiße Dusche. Und mit heiß meine ich wirklich heiß. Und da haben wir jetzt einen ganz besonderen Duschkopf für Sie. Nämlich einen Multifunktions XL Duschkopf. Und der hat diese Rain Shower Funktion. Also XL finde ich schon mal klasse, weil wir wesentlich mehr Wasserdüsen haben. Aber was mir hier gleich aufgefallen ist, dieser Schalter. Das heißt, wir haben hier zwei, drei, drei verschiedene Optionen. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf. Fünf Strahlen. Fünf. Fünf Strahlen. Und was auch noch wichtig ist, diese ganzen Noppen. Das ist Silikon. Das heißt, hier wird auch Verkalken verhindert, weil man die ganz einfach, diese Silikonspitzen reinigen kann. Da sehen wir es, Diana, unter der Dusche. Und dann einfach hier auch die Intensität eingestellt. Oder will man so einen Regenschauer haben oder will man es punktgenau haben. Ganz egal wie. Es ist hier perfekt. Und für solche Armaturen, so möchte ich das jetzt mal nennen, Duscharmaturen, kannst du auch richtig viel Geld ausgeben. Schauen Sie mal, hier sehen Sie den feinen Nebel. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Hier können Sie das einstellen oder nach Ihren Bedürfnissen. Sie haben Rain-Shower, den Massagestrahl, den Nebelstrahl, den Sie gerade gesehen haben. Dann den Massagestrahl mit Rain-Shower, Nebelstrahl mit Rain-Shower. Und das ist eben das Schöne. Und gerade so, wenn man sich die Haare wäscht, da mag man den Strahl auch ein bisschen fester, damit der Schaum richtig aus den Haaren geht. Oder vielleicht, wenn Sie sich einfach nur mal massieren wollen, an den Oberschenkel, an den Massagestrahl. Also das ist schon was Tolles für 5 Euro. Und der sieht echt klasse aus. 5 Euro ist der Wahnsinn. Ich weiß, dass man für Armaturenbrett 20, 30, 40, 50 Euro ausgeben kann. Sieht auch noch toll aus. Hat eine XXL-Größe. Ist ganz einfach zu montieren. Und hier sehen wir diesen Edelstahl-Look. Ist also wirklich ein Hingucker. Da sehen wir das ganz deutlich. Und hier nochmal, das möchte ich nochmal erwähnen, dieses Silikon, was auf jeder Düse ist. Das heißt, wäre hier wirklich mal irgendwas mit Kalk, kann man das einfach rausdrücken. Das geht bei Herkömmlichen auch nicht. Man kann das also wirklich perfekt kalkfrei halten. Viele Duschköpfe werden ausgewechselt, weil sie irgendwann mal alle Düsen verkalkt haben. Das kann hier auch nicht passieren, weil du den Kalk auch wieder rauskriegst. Der Lars aus Heidelberg schreibt dazu, einfacher, robuster und im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu schlagender Duschkopf. Angenehmer Duschstrahl in der WG, sind wir damit hochzufrieden. Die bestellte ist die NX5656 und die 569. Sieht auch echt edel aus. Also das wertet dann natürlich auch jede Dusche, jedes Badezimmer auf. Das ganz Besonderes. Und sowas verkalkt ja normalerweise auch schnell. Das will man dann auch ab und zu mal auswechseln. Da für kleines Geld, 5 Euro, ist das ja gar kein Problem. Ja, wir sind wirklich in allen Bereichen. Jetzt waren wir gerade im Bad bzw. unter der Dusche. Und wo geht jetzt unsere Reise hin? Komm, spickel mal, schau mal nach. Und Sie denken bitte dran, unsere 5 Euro Show, die gibt es jeden Tag um 17 Uhr. Und um 19 Uhr auch heute die 10 Euro Überraschung Show. Und jetzt haben wir hier ein... Mein Highlight. Ja, jetzt strahlst du wieder, ich weiß. Ich liebe, nicht nur ich, jede Frau liebt Schmuck. Aber wir wissen, echter Goldschmuck ist auch richtig, richtig teuer. Und wissen Sie, was Sie jetzt hier bekommen? Sie bekommen nicht nur diesen wunderschönen Anhänger. Der hat 23 Karat diese Blattgold, diese kleinen Splitterchen hier im Inneren. Sondern Sie bekommen auch gleichzeitig hier noch diese schicke Venezianerkette und das kleine Schmuckkästchen. Und das für 5 Euro, das ist ja Wahnsinn. So, das müssen wir sagen. Die Kette ist 45 Zentimeter lang und ist vergoldet. Das Herz ist aus Glas. Aber im Glas eben genau das, was du gesagt hast. 23 Karatiges Blattgold. Also das ist wirklich ein Highlight. Und ich habe vor Weihnachten wieder mal Werbung bekommen. Sie mit Sicherheit auch von verschiedenen Produkten. Aber unter anderem wurde mir eine ganz ähnlich ausgestattete und aussehende Halskette angeboten als Geschenkidee für 49,90 Euro. Und hier haben wir es jetzt für 5 Euro. Michaela aus Bottrop schreibt, klare Kaufempfehlung. Meine Tochter liebt den Anhänger und beobachtet oft, wie sich das Gold im Inneren sich immer wieder bewegt. Und Peter aus Altdorf schreibt, super tolles Geschenk. Ist sehr schön gearbeitet. Sieht teurer aus, als es ist. Tolle Idee zum Verschenken an Frau, Freundin oder Ähnliches. Und das Schöne ist, man kann jetzt hier wirklich der Frau und der Freundin einschenken, weil bis zu 5 Mal darf man auch hier zugreifen. Man muss auch gar nicht auf Anlass warten. Also ich meine, bei 5 Euro, wenn ich jetzt Sie wäre, ich würde sofort zum Telefonhörer greifen, mir das selber bestellen. Da hat man auch kein schlechtes Gewissen, wenn man da jetzt eben mal ein Schmuckstück kauft. Es ist was ganz Besonderes durch die 23 Karat Blattgold. Und jedes dieser Anhänger, dieser Schmuckstücke ist ein Unikat. Denn jedes Mal, wenn Sie sich bewegen, bewegen sich diese kleinen, feinen Blattgoldsplitter mit Ihnen. Und somit ist jedes Schmuckstück ein Unikat. Und ja, wir Frauen sind ja auch Unikate. Und es gibt es auch nur einmal. Und ich glaube, noch besser kann man mir als mit einem Herz aus Gold seine Zugeneigung gar nicht ausdrücken. Ob das eben die Lebensgefährtin ist oder die Tochter, das Patenkind, die Freundin, das ist ganz egal. Ich glaube, das ziert wirklich das Dekolleté einer jeden Frau. Und jetzt für 5 Euro unglaublich. Und glauben Sie mir, ich habe dieses live gesehen, diese Werbung, sah ganz ähnlich aus. Ich glaube, nicht mal die schöne Schatulle war da dabei. 49,90 Euro. Und jetzt bei uns in der 5 Euro Überraschungsshow. Und für Sie natürlich für 5 Euro und die Bestellnummer ganz, ganz schnell. Die NC 4750 und die 569 für diesen Glasanhänger mit dem 23 Karat Blattgold inklusive der 45 Zentimeter langen vergoldene Kette. Und normalerweise gibt man für Schmuck immer unglaublich viel Geld aus. Das ist hier wohl nicht der Fall. Und ich finde es auch so schön, weil es sieht gut aus, wenn man ein Kleid anhat, auf der nackten Haut. Es sieht aber auch gut aus auf so einem Rollkragenkullover. Es steht einfach auf jeder Frau. Nur Sie müssen jetzt eben schnell sein. Ja, nochmal die Bestellnummer und ganz schnell sein, bevor unser Sonderkontingent vergriffen ist. Die NC 4750 und die 569 und auch nach Weihnachten im neuen Jahr darf man wieder Geschenke machen. Ich glaube, das war brillant. Und das war sie schon wieder, unsere 5 Euro Megashow. Nicht Megashow, aber Spezialshow. Denken Sie dran, um 19 Uhr haben wir dasselbe auch mit 10 Euro. Tschüss.